Salut zusammen! Da sind wir wieder Minecraft Together Part 3 So, was machen wir heute? Wir haben ja im letzten Part Oh verdammt! Nein! Im letzten Part haben wir ja eine Höhle entdeckt Und dort werden wir jetzt zurückkehren Würde ich sagen Oh, ich habe kein Fleisch genommen Also ihr könnt doch schön mit Boah Das nehme ich da Ich bin voll verkehrt Also warte, ich mache noch etwas Hä? Ich mache noch etwas Ja, das ist gut Boah, das brauche ich auch noch Fäckln Fäckln Weisst du wo es durchgeht? Ja, ja Also dann gehe ich schon mal Also du weisst wo es durchgeht Ja, hey Ja sicher Ich habe dich ja am Anfang dort hergeführt Also von dem... Okay, also Sonst schalten wir einfach deine Koordinaten Ja, ja Also du hast Fackeln mitgenommen? Ja, ich habe Fackeln mitgenommen Aber du kannst noch etwas Holz mitnehmen Ja, sonst Ich habe nämlich kein Holz dabei Ja, alles 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 okay Also Es geht ja hoch und dann Gerade aus Ja, sonst muss ich dich dann halt holen Ja So So Da haben wir auch... Ja, wegen dem Wasser genau Ah, da sind wir stehen bleiben Oh ja Schöne Erinnerungen Ist der Creeper und so immer noch dort? Nein, nein Ja Also Ich bin dann jetzt auch nicht So Dann gehen wir mal da hoch Mal ein wenig Du hast meine Steine Boah Und alles dort und... Nein, da oben ist nichts mehr Uh Also bist du jetzt schon eingegangen? Du hast ja gemeint, dass wir einen Creeper auf das Gesicht haben Ja Äh... Ja Boah Ich will mir... Gerade direkt mal wissen, was du übersehen hast Ja, ich übersehe das immer irgendwie Ja Ich sage gleich einfach das Zeug durch Weißt du Ich brauche das gar nicht Für das habe ich die Idee, dass du es abbaust Ich baue... Ich baue... Ich baue nur das ab, wo ich muss Beziehungsweise, wo ich will Ja Ja XP... Wieviel... Was hast du für ein Level? 8 8 Ok Was hast du? Ok 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 Ich bin gerade noch aufgeregt Vom... Letzten, was ich gespielt habe Ich bin alle hardcore gesehen Boah Was hast du denn gespielt? Hm? Was hast du gespielt? Ich habe... Minecraft PvP gespielt Oh ok Sollte die eine oder... Die eine oder andere kennen Ok Ist ein... Player, was es spielen soll Und das ist ziemlich krass Und 20 Spiele auf einmal Ja, ich glaube... Die meisten kennen es Und sonst... Könnt ihr einen Besuch machen, wenn ihr Minecraft kauft habt Ja Ja Wir spielen nur mit Minecraft gekaufte... Lizenzen Ja Also ich muss ehrlich sein... Am Anfang hatte ich auch zuerst Crack die Version Aber äh... Ja... Jetzt habe ich mir gedacht... Zum den ganzen Spielen Spass auszunutzen Was man hier mit dem Minecraft hat Äh... Habe ich gedacht... Ja, jetzt muss ich mir eins kaufen Und ist ja nicht... Kostet ja nicht die... Also... Kostet ja nicht so... So... So viel Eigentlich in dem Sinn Boah... Ich bin hier... Weiss nicht... 65... Das ist noch nicht so tief Aber... Boah... Also... Irgendwie... Wir sind schon in der gleichen Schlucht, gell? Aber irgendwie... Bist du ganz runterkommt? Ich bin ganz ganz weit weg Ich bin... Ich bin... Sagen wir mal... Ich glaube ich sehe dich gar nicht Eben wir gehen Boah... Boah... Nicht hier durch... So... Jetzt... Gehen wir gleich schauen wo der ist Wo der wieder rumhängt Hier... Ja... Macht sicher eine Kaffeepause Ja ich mache da alles was man machen Und du hängst nur rum Boah... Wo bist du? Ich bin... Am Anfang... Genau dort oben... Wo man reinkommt... Jetzt genau... Unter dran... Genau... Unter dran vom Eingang Ok... Unter dran vom Eingang Ich bin eigentlich auch schon da Eigentlich sollte ich die auch sehen Also... Irgendwie sind wir den Falschen drin Hahahaha... Das ist nicht schlecht Äh... Sagen wir mal die Koordinaten Minus... 99 plus 360 Minus... 99 plus minus 102 Dort ist der Eingang Ne... Da... Da... Nein genau hier sind wir... Da... Da... Genau hier sind wir gesehen Nein... Ich bin... Privat... Am besten gehst du... Part 2 anschauen Hahahaha... Du siehst wo... Hahahaha... Nein nein... Ich bin der... Boah... Da wo du den Block her gesetzt hast... Wo du nicht mehr gewusst hast... Wer jetzt den gesetzt hat... Dort... Ah... Du bist oben... Ja... Du hast ja gesagt... Beim Eingang... Da ist der Eingang... Dann schau mal runter... Schau mal runter... Ich würde schauen ob er sich sieht... Also ich sehe dich nicht... Nö... 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 Boah... Wo bist denn du runter? Boah... Ich bin runter zu der Minuschaft... Wenn du Minuschaft nicht stimmst... Okay... Äh... Komm mal schnell zu... Komm mal schnell zu dem... Punkt wo ich vorher gesagt habe... Ah... Nein... Scheisshuhn... Komm... Ja... So... Komm mal schnell zu den Positionen... Die ich gesagt habe... Minus 100... Was hast du gesagt? Minus 100... Plus... 363... Minus 100... Jetzt plötzlich Minus 100... Okay... Ja... Minus 9... Ah... Ja... Sehst du mich? Ich dachte... Ich dachte... Ich habe sie gesehen... Aber... Jetzt bist du wieder weg... Nein... 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 Ich sehe dich... Du bist voll an einem anderen Ort... Nein... Das ist der normale Eingang... Nein... Doch... Nein... Doch... Nein... Das ist nicht der Eingang... Doch... Das ist genau der Eingang... Wo ich reingegangen bin... Boah... Ein Schneid... Und wo der Zombie und Pübe gestanden ist... Jetzt kommen wir auch mal nicht rein... Ich dachte... Wir gehen hier so... Auf Höhle Dinge... Boah... Ja... Ich eigentlich auch... Ich bin ja richtig gelaufen... Ich bin genau dort hin gelaufen... Wo wir... In dem Part 2... Also... Wenn du jetzt meinen Namen siehst... Komm, mach den da hin... Ja... Jetzt sehe ich ihn nicht mehr... Boah... Nein... Nein... Nicht mehr mal... Bam... Ich laufe jetzt einfach mal da rüber... Du kommst jetzt... Minus 13... 300... Ich... Boah... Ich sehe dich... Ah... Boah... Hm... Ah... Okay... Ich sehe dich... Aber... Gut... Dann komm runter... Aber wir haben doch das in einen anderen Part machen... Da... Die Höhle... Ja... Ähm... Ja... Die... Die Mine da... Aber ich bin ja gar nicht in der Mine... Ich bin ja in der Schlucht... Ja... Aber... Boah... Dann sollen wir jetzt wieder rauskommen... Nein... Ich komme runter... Dann machen wir das... Dann machen wir das jetzt... Boah... Gut... Jetzt sollen wir da... Ein klei... Lichtchen machen... Wo bist du da runter... Hey... Jaja... Ich bin da... Spiderman... Spiderman runter... Und dort... Und dann dort... Und dann... Über die Lava geflogen... Boah... Oh... Ui... Jetzt habe ich gemeint... Ja... 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 Äh... Jetzt habe ich gemeint... Du schläfst mich jetzt gleich mit dem ab... So... Oh... Das ist gut... Danke sehr... Ja... Wenn wir noch nicht wieder aufnehmen... Hatte das schon... Boah... Das ist ja richtig gemein... Boah... Das ist ja richtig gemein... Und jetzt kommt die Lava ab... Und verbrennt mich voll... Nein... Du... Du... Oben dran... Einen brauche... So... Dann nehmen wir noch... Was... Ah... Danke... Bitte... Oh yeah... Oh yeah... Voll Schutz... Also jetzt... Nehmen wir... Traumatische Stimme... Nein... Oh... Kein Bickel mehr... Kein Bickel mehr... Ah... Warte... Weisst du... Ich überlege alles vor... Ja... Ich bin einfach der... Ich bin einfach der... Der drauf losgeht... Einfach fertig... Bam... Drauf... Ja... Einfach der... Der stirbt... Oh yeah... Jetzt... Jetzt... Jetzt komme ich schon näher an deinem Level... Wir müssen doch ein wenig Action haben... Ein wenig etwas machen... Eben... Es sind keine Monster... Also... 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 Einfach... Einfach... Stimmen... Oh... Level up... Woah... Wieder runter... Hm... Level up Mario... Ja... Ja... Ehm... Was soll ich immer sagen... Woah... Ne... 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 Oh... Lapis... Ah Scheisse... Lapis... Haha... Oh nein... Warte mal... Hast du irgendwie schon ein Monster gesehen? Nein... Eben... Hm... Hm... Die haben heute frei genommen... Haha... Eigentlich sollten die da sein... Hm... Wieder ein Fail... Server-Einstellungen vielleicht leider verhandelt... Ich hoffe... Ich hoffe... Ja... Ja... Es kann nur ein Monster sein... Eben nicht so... 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 Dann ist das Spiel einfach zu einfach... Ja... Fühlt zu einfach... Also... Du siehst ja jetzt... Wir können einfach hier... Stehen... Gemütlich... Abbauen... Ja... Ohne irgendwelche... Creepers... Die hinter einem kommen... Und in die Luft sprengen wollen... Woah... Was hast du für dieses Level? Äh... Zwölf... Zwölf? Ja... Ich auch... Aha... Ey... Ich... Ich überhole dich ja so grossig... Ja... Ja... Bleib weiter... Das... Das... Lapis... Hilft mir... Oh ja... Sehr schön... Das ist ja komisch... Keine Monster... Hm... Mal schauen... Mal schauen... Mal schauen... Jetzt sind... Flaudermäuschen da... Okay... Huh... Jetzt sind sie da... Jetzt sind sie da... Ah... Oh ja... Ist auch wieder eine falsche Einstellung g'se... Falsche Einstellung vom Södo wieder... Jetzt auch nicht übernommen... Ja... Also ich würde sagen... Wir gehen jetzt mal... Das Eis noch... Und dann... Gehen wir da rein... In die... In den Gang... Ich weiss schon... Wie ich diese Folge jetzt... Na... Nennen... Ja... Falsche Einstellungen... Hä? Falsche Einstellungen... Nein... 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 Oh... Da ist noch... Feiertage... Feiertage des Zombies... Oder... Der... Der Monsters... Oder so etwas Ähnliches... Mal schauen... Was mir noch einfällt... Nein... Oh... Oh... Ich... Mh... Naja... Oh yeah... Komm... 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 Boah... Er hat mir eine Spreicht... Der Sau... Die Sau... Die Sau... Die Sau... Boah... Die Spinnen hören wir auch schon schön... Hm... Oh ja... Ah... Wir werden es jetzt so machen... Dass wir äh... Nicht mehr zurück ins Häuschen gehen... Beziehungsweise in unseren Bunker... Wenn wir die Part beenden... Wir... Wir werden es einfach schneiden... Bei 15... Und dann äh... Äh... Wenn wir... Boah... 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 Voll verschrocken... Voll verschrocken... Hahaha... Du hast gerade alles ins Häuschen... Voll... Hey... Jess... Was ist das gewesen? Weiss ich nicht... Was ist passiert dir? Ich bin ja... Nicht bei dir... Das ist Sand... Das ist Sand... Das war Sand... Boah... Ich bin so... So verschrocken... Okay... Plötzlich kommt da Sand... Äh... Nicht Sand... Käse... Käse ist oben runter... Ich habe gemeint... Es sei irgendwie so ein... Zombie... Spinnen... Creeper... Irgend so etwas... Wo mich die Luft jagt... Weisst... Boah... Da musst du dann in die Ausnahme schauen... Ah... Hier... Das wirbelt mich gerade umher... Oh... Oh... Ich muss etwas essen... Sehe ich gerade... Mein Leben... Regeneriert sich nicht... Mane... So... Weiter geht's... Zombie... Der Helm... Der Helm... Der Helm... Das ist doch eigentlich... So... Wo... 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 Boah... So... Also... Ich bin zuge... Und... Gau hin... Hallo... He...